Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir uns ein bisschen um diesen Fachbegriff algorithmisches Denken kümmern, der ja momentan irgendwie überall rum kursiert. Jeder soll jetzt heutzutage algorithmisches Denken üben und verstehen, was das genau ist. Und das ist eigentlich gar kein großes Problem mehr heutzutage, denn algorithmisches Denken bezeichnet nichts anderes als zu verstehen, wo eigentlich Algorithmen zum Einsatz kommen und wie die eigentlich funktionieren könnten. Und wir haben hier nochmal ein kleines Beispiel für euch und zwar ein, naja, ein kleines Computerspiel. Ein sehr, sehr einfaches, das gebe ich zu, okay. Ihr könnt im Endeffekt nichts anderes tun als zu springen und nach rechts zu laufen, aber immerhin, es ist ein Computerspiel. Und ich möchte, dass ihr jetzt als kleine Hausaufgabe schon mal einfach übt, wenn ihr irgendwas am Computer macht oder einfach auch selbst irgendwas macht, also zum Beispiel kochen oder Hausaufgaben oder irgendwas sauber machen oder irgendwas in eurem Alltag, dann versucht da einfach mal einen Algorithmus drin zu sehen. Versucht einfach zu sehen, hey, ich mache das eigentlich nach einem Schema F. Ja, ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck Schema F, wobei der vielleicht auch ein bisschen alt backen. Also ich bin schon ziemlich alt mittlerweile. Aber gut, ja, versucht einfach mal da zu sehen, okay, eigentlich steckt überall ein Algorithmus dahinter. Und wir wollen uns jetzt nochmal ganz kurz mit diesem Algorithmus Spiel befassen. Der ist eigentlich relativ simpel. Und zwar haben wir hier einen, nun ja, den Algorithmus Spiel, den haben wir einfach mal so genannt. Und der hat jetzt folgende Anweisung. Solange wir im Spiel sind, also solange im Spiel, ja, dann machen wir einfach folgendes. Falls die Eingabe des Benutzers Leertaste ist, springe. Falls die Eingabe des Benutzers rechter Pfeil ist, laufe nach rechts. Super simpel und jeder versteht, was gemeint ist. Und das ist auch ein Algorithmus. Das ist wunderbar und richtig, absolut richtig so. So, das Problem ist jetzt allerdings, wenn ihr das so schreibt, dann versteht man vielleicht eine kleine Sache nicht. Und zwar, dass da eigentlich eine Schleife dabei ist. Und zwar, dieser Algorithmus hier, der wird ja wiederholt, solange wir im Spiel sind. Das heißt, wenn wir fertig sind mit Springen oder wenn wir fertig sind mit nach rechts Laufen, sprich die rechte Pfeiltaste wieder loslassen, dann können wir aber trotzdem danach nochmal auf Springen oder nochmal auf Rechts drücken und führen das wieder auf. Und dafür gibt es eben diese Schleifen, ja. Das heißt, wir haben hier dieses so lange im Spiel. Und das bedeutet, wenn wir hier unten bei diesem leeren Bobbel angekommen sind, da steht tatsächlich nichts drin, dann fangen wir einfach direkt wieder hier oben an. Automatisch gehen wir wieder nach da oben. Und zwar, solange wir im Spiel sind. Und wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Das heißt, das machen wir tatsächlich für immer, ja. Und ja, der Algorithmus ist jetzt so gehalten, dass ihr tatsächlich für immer und ewig im, ja, im Unendlichen quasi am immer Leertaste drücken könnt, wenn ihr springen wollt und rechter Pfeil, wenn ihr eben nach rechts laufen wollt. Und dann fangt ihr wieder von vorne an. Superspannendes Spiel, kann ich absolut empfehlen. 10 von 10 würde wieder spielen, aber es geht hier eigentlich eher darum, dass ihr versteht, eigentlich steckt überall nur ein sehr simpler Algorithmus dahinter. Und wenn man vielleicht noch ins Detail guckt, dann muss man vielleicht noch ein kleines bisschen mehr auf diese Springe achten. Was genau passiert eigentlich beim Springen? Der Charakter bewegt sich nach oben oder sowas. Aber das ist für diesen Algorithmus hier nicht mehr relevant. Es ist eigentlich nur relevant, was genau da passieren soll. Und genau so solltet ihr auch an euren Programmcode rangehen, wenn ihr den schreibt. Ihr fangt an, okay, was soll denn eigentlich passieren? Wie sieht mein Algorithmus von meinen Spielen aus? Was soll denn da alles möglich sein? Und dann schreibt ihr das so abstrakt dahin und geht dann immer mehr ins Detail. Und so entstehen dann richtig komplexe Spiele und richtig große Dinge, die man eigentlich auch erst nach sehr, sehr langer Planungsphase so wirklich verstehen würde. Relativ einfach. Und das ist das Tolle daran. So, und ja, jetzt habe ich euch genug gequält mit den Grundlagen von Algorithmen und algorithmischem Denken. Nächstes Mal fangen wir mit den spannenden Datenstrukturen an. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir fangen direkt an. Und ja, das war es eigentlich für dieses Mal. Kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.